hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play seven days to die wieder mit banjo ist sehr motiviert grad ja ich hab grad mitgekriegt dass die boodsches anwenden hätte ich eigentlich lassen sollen was hättest du lassen sollen jetzt wir brauchen futter habe ich gehört ich brauche heißen ja heißen kannst du abbauen damit was mit hand oder was mit einer pika ich habe das doch gegeben ihr habt ihr sechs stücke was machst du du brauchst drei stück für eine pickaxe du brauchst drei eisen normal für eine pickaxe jetzt finde natürlich der anheb wieder koi viecher das ist wieder klar also ich weiß nicht ihr habt ihr letzte folge noch sechs stücke geben sechs eisen dauern hast du da ich auch nicht ich weiß nicht also wir müssen das futter suchen habe ich gehört ne was ist aus auch da 4 jetzt haut die drei durch das straften so was kriege ich da raus aus 2 4 1 6 nicht so viel eh ich kann wow geil was hast du jetzt ich hab den trick rausgefunden ne das kann nicht sein ne der falscher trick hä du verwirschst mich immer mehr hat wahnsinn fast schon so viel es ist okay falsche informationen mhm dachte ich hätte schon trick 7 was haust du hier die ganze zeit steine vor der tür wir müssen hier auf jagd gehen aber du kommst ja nicht ey wie kann ich schon schau schaufel machen ich kann auf abgehen gibts einfach einen shovel gibts einfach einen schaufel ne schaubel scho dann ist schon dastehen brauchst glaube ich vier eisen ist ziemlich teuer wir haben noch nicht so viel eisen der stück ja vier eisen tiere wo seid ihr ich kenne vier eisen jungen ja weil du zu wenig gefahren tatsch ich hab gleich noch vier eisen aber eine alberne pickaxe gemacht was man wahrscheinlich schaffen für was brauchst du jetzt eine schaufel was brauchst du die aber man ist ja bei dem kraten 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 hier bald aber nicht ich bin bitte für mich alles ausmacht ich gehe auf jahre du guckst daheim wieder um nach dem in dem in dem in den Euro wir treffen müssen doch das mal ja im süden da in das grüne Bio-Code laufe ich gerade und haue auf meine Steine und suche jetzt irgendwelche Tiere wo man essen könnte Tiere die man essen kann ja also was mich immer noch stört wir haben immer noch keine Crossbow und den können wir auch nicht bauen glaube Crossbow bauen Kann ich eigentlich Maisdinger grillen? äh ne ich glaube nicht das kann ich heißen das ist ja doof auch unbedingt was zu essen kann man die Eiersesunde machen? ja kannst du kochen halt aber die bringen nicht viel also das hat keinen Sinn ja ich bin ja auf der Suche hier ihr habt vorhin auch hier Tiere gesehen aber ich dachte wir haben die nicht also was ist denn bei dir los? ist so laut oh ne die fangen an zu packen diese Idioten macht den Fenster zuhören halt oh man oh man oh man das ist zum kürzen jedes mal noch gleich raus also nimm mal die Fenster umlassen da warst du ja klar auf der Straße raus immer so ist vor allem so geil wenn dann so schönes wetter ist wie letztes mal 38 grad die machen heute auch noch so viel wahrscheinlich die reichen das ist unglaublich wenn ich ein tiersuch finde ich keins vorhin habe ich so viele gesehen geht mir das weg auf den sack jetzt kriegt die kohle auf die fresse dafür ja ich habe noch zwei dosen aber das ist auch nicht so viel ich finde auch keine blöde höhle zufällig zufällig ich habe doch hier gerade was bewegen sehen das spiel macht mich echt paranoid kohle ist gut wenn wir das haben wir später wenn man eine höhle finden und potassium nitrate dann können wir uns hier antibiotika machen wenn man noch ein wie heißt denn messbecher brauchen wir noch den müsste man noch finden tierchen verteidigen schwein 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 bleib hier kommen schweinchen babe ja genau lassen einfach da kein problem Schweinchen, wo bist du? Wo ist denn das jetzt hin? Da ist noch ein Schwein. Es sind zwei Schweine. Ich bin auf Jagd und du... Ziemlich frech. Ja, toll. Was war denn das jetzt? Das Schwein ist auf einmal in die Luft sprung und war tot. Hm. Äh, was brauchen wir nicht? Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir nicht? Ich brauche alles irgendwie hier an den Stick weg. Ich habe mir jetzt auch so einen Kevlar-Helm gefunden. Aber nur in ganz schlechter Qualität. Aber gut. So, wo waren das zweite Schwein jetzt? Obwohl, weißt du was? Ach du Scheiße. Hm? Okay. Was? Sag mir nicht, dass der Horde vor uns das Haus steht. Direkt. Hm? Ich sehe nämlich... Das ist alles neblig. Ich sehe gar nichts gerade. Ich laufe jetzt Richtung... Ah, spinn, spinn, spinn. Was? Spinn? Spinntypen. Ach so, spinn. Alter, wieso erschrecken die mich so? Hat die ne Macke? Ey, mach die weg. Wenn die schreie, dann gibt es ne Horde. Die schreien die ganze Zeit schon. Ja, dann haben wir ein Problem. Ein ganz großes sogar. Dann haben wir ein Riesenproblem jetzt. Das ist... Der duckt sich. Oh geil. Wo sind die? Ich komme gerade heim. Bei uns auf dem Dach. Ja toll, dann mach sie weg. Ich denke, du bist auf dem Dach. Du musst dein... Ich bin nicht, ja. Der hat mich ja besucht. Du musst dein Territorium verteidigen. Hallo? Lass dich doch nicht von so einem Spiel. Machst du down. Alter. Wir müssen... Wir müssen hier... Absichern kommen. Dann kann man auf jeden Fall hoch, Alter. Alter. Wir haben ne Horde. Wir haben ein Problem. Oh je. Oder ich habe ein Problem. Ich komme nicht ins Haus. Ach du heilige Scheiße. Schießt du von beiden ab? Ja, ich schieße hier. Aber... Geil, Alter. Hast du das nicht gehört? Die haben gegen die Tür gekauert. Wie blöd. Alter. Alter. Zum Glück sind keine Hunde oder so dabei bis jetzt. Die kommen bestimmt in der Nacht. Ich glaube, die Nacht nehmen wir auch auf. Alter. Die sind alle vor der Tür. Ja, jetzt nehmen wir gerade. Die machen alle gerade weg, mein Freund. Nee, die steht immer noch vor der Tür. Ja, aber die meisten... Da kommen ja immer noch mehr. Die meisten habe ich aber schon weggelockt hier. Okay. Die zerklemmen gerade uns ganz wohl hier unten drin. Ja, dann geht... Ey, wann fangen die an zu ran, ne? Ich kriege die Träse hier. Alter. Ich bin doch... Ich bin doch... An der Tür, da willst du bescheiden, was los ist, Alter. Ja, hallo. Guck mal meinen Weg an. Wie viele Leichen da liegen, Alter. Ja, da kannst du an der Tür direkt weitermachen. Ja, mach ich ja dann auch. Hau ab, ihr Griecher. Ich hasse euch. Nein, das steige ich im Level. Nein. So. Fett da war. Ach, der Scheiß hier. Alter. Ja, das sind doch nicht mehr viele, oder? Oh, das sind schon wieder so viele. Ach, du Scheiß. Ey, so viele Pfeile kann ich doch gar nicht machen. Ähm, Benjo, wie wär's, wenn du mir hilfst? Hahaha, das ist doch geil. Nein. Oh, ich kann nicht grad feiern und du bist der gut. Alter, ich... Warte mal, ich muss kurz mein Dings erbauen. Ich kriege hier langsam Probleme, glaube ich. Weil es wird immer später. Hahaha. Ich glaube, die Folge heißt Zombie-Schnetzeln oder so. Hätte ich die nennen. Ähm, das gibt's doch nicht. Ja, das ist, weil der blöde... ...Spinner-Typ geschrauen hat. Das waren zwei Griecher, waren das. Griecher? Spinnen. Äh, zwei Spinnen. Ja, und die haben wir rumgeschrauen. Die, die tun wir heute an, ich soll anlocken. Das ist das Problem. Und das heißt, das ist nicht mal die Nachthorte, wo hier rumläuft grad. Na, super. Sag mal, machst du da auch was, oder guckst du nur? Ne, ich schieß doch. Siehst du mal nicht, oder was? Ne, ich seh auch keine Umflieger, außer von mir. Ey, ich hab grad den Decken umgeschmissen, ne? Hab ich nicht gesehen. Da. Oh, jetzt treffe ich natürlich nicht. Die muss jetzt langsam auch mal ins Haus. Ich muss aber die hier wegmachen. Das ist grad ein bisschen ein Problem. Ich bin dabei, ich bin am Start. Ey, jetzt komm ich runter, wo noch drei Zungen bis da sind. Super. Alter. Glück, ab, das ist schon mal runtergekommen, ne? Ja, natürlich. Du hast mir jetzt den Arsch gerade. Das ist alles zugepflastert. Alter, ich fasse ganz arg, ne? Ich glaube, ich hab jetzt grad 100 Kills gemacht, oder so. Wenn ich gucken. No, 243, dann mies gekillt. Okay, ich mach das mal wieder zu hier. Das war jetzt nice, oder? Oder gut? Ich glaube, wir machen hier eine Doppelwand. Hast du noch? Und hier auch noch dann. Hier machst du auch noch zu, dass wir nicht hier hochkommen. Boah. Alter. Das war jetzt ein bisschen stressig. Hier liegt noch der Rest von so einem scheiß Spinntypen. Arschloch. Komm. So. Wasch mach ich hier mit? So, hier. Alter. Ach gut? Ja, super. Top-Tit-Arm. Hast du Fleisch mitgebracht? Ja. Sechsmal. Ich brauch Eier. Ich brauch Eier. Ach geil. Und da fliegt. Ach, Alter. Jetzt, hallo. Bei den Action-Checksen hier. Hast du mal schlecht, oder? Mhm. Ich komm, das war ein Feind. Das ist wie das viel. Das ist die durchgehalten. Das wurde mich. Ja, die sind. Die haben nicht gerannt. Das war mein Glück. Wenn die gerannt, war ich tot. Ja, schlecht. Ich weiß schon. Da hast du gestorben und ich hätte zurückgekocht. Ja. Und jetzt dich gefreut. Wenn ich dich kenne. Definitiv. Ich kenne dich doch. So, hier. So, Mann. Ich habe auch noch einmal ein Fragment, Junge. Hättest du mal Sachen drin, da hast du es auch noch eingehauen. Ja, kannst du reinhauen jetzt. Du kannst doch einfach draufhauen. Du hast du den Laden angebrannt, ja. Mit Holz. Okay, da tut doch der Rest vor zwei Minuten noch was. So, hier. Lamp auf Klee. Kann man da auch mal reinmachen. Brauche ich gerade nicht. Das Fett können wir hier ein bisschen reinmachen. Was brauchen wir noch nicht? Dann, 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 dann. Erstmal die zwei Tosen hier, wo ich noch habe. Wenn ich jetzt nicht gleich was esse, dann ständig. Du stirbst nicht, du verlierst erstmal Stamina, aber ich habe ja das reingemacht jetzt. Ziemlich einschweiner wie gekillt. Und rechtzeitig bin ich hier heimgekommen, ne? Jetzt wärst du wohl Zombie-Futter geworden. Ich habe ja doppelt so viele Kills wie du. Was ist mit dir los? Ja. Und einmal bist du gestorben, du Noob. Ja, wisst du, warum, Alter? Weil ich gegen Bären gekämpft bin. Genug, der Ernst, Junge. Ja, klar. Alter, hau ab. Nicht, dass ich noch brenne und auferrecke. Aha. Sogar ein lilanes, von der Farbe her. Ah. Aha. Wir sollten in Deckung gehen, ne? Ja, gerne. Machen wir hier gleich ein kleines Folgenpreischen. Ähm, ja. Nur die Frage ist, machen wir in der nächsten Folge, machen wir mal Ding. Machen wir Ding? Außenrum ein bisschen sichern, der Wege, Dennis. Ja, ja, das dachte ich mir wegen hier. Da brauchen wir aber mehr Holz, ne? Ja, ich habe ja. Okay, du wirst ja warum. Ja. Metal und alles. Wie letztens noch. Gut, aber ich glaube, die Nacht wäre mal Aufnahme, ne? Weil ich glaube, da könnte was passieren. Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.